Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kirche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Es ist soweit, eine neue Woche beginnt. Lasst uns gemeinsam reinschauen, was für Energien hier auf dich zukommen könnten. Welches Portal öffnet sich, lieber Gott? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, Könige und Königinnen, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich erzählen? Welches Portal möchte sich hier kommende Woche für dich öffnen? Welches Portal möchte sich hier kommende Woche für dich öffnen? Nee, ich spür's nicht. I will feel it. Welches Portal? Oh, wir haben die Ich-bin-Präsenz. Lichtkörperaktivierung, Zugang zum Göttlichen im Inneren. Das ist krass. Also, ja, mir fehlt der Atem. Die Ich-bin-Präsenz. Weißt du, mein Hase, es ist wirklich so, wenn man dich so fragt, ja, wer bist du? Dann heißt es ja meist, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich komme aus Bayern, ich bin Deutscher, ich bin Ossi, ich bin Wessi, ich habe den und den Beruf, aber es geht hier wirklich darum, wer du bist und dass du das hier wirklich präsent machst, dass du das wirklich zeigst. Also sprich, eine Klarheit darüber, wer du wirklich bist, wird kommende Woche immer mehr präsent sein. Also auch dieser Zugang zum Göttlichen im Inneren könntest du hier erfahren. Und das ist eine wunderschöne Energie, weil du dir deiner selbst immer mehr bewusst wirst und es auch, egal was jetzt hier noch kommt und passiert, einfach ganz wichtig ist, dass du in deiner Ich-bin-Präsenz bist, dass du nicht unbedingt sagen musst, boah, ich finde mich so geil und liebe mich selbst, sondern dass es okay für dich ist, dass es dich gibt, ja, also Lichtkörperaktivierung hier, ja, also Strahle, komm in deinen Strahlen und ganz egal, wer versucht dir das irgendwie runterzureißen oder zu versauen. Was sagen die Work Your Light Cards? Schon wieder, ne, also es kommen ähnliche, immer wieder ähnliche Karten. Wir hatten hier die Einweihung, Ritus des Übergangs und schon wieder das Überschreiten der Schwelle. Ja, du, mein Hase, es ist einfach so, du lässt jetzt viele Menschen hinter dir. Du wirst es jetzt tun, auch wenn du gefühlt für dich irgendwie alleine dastehst, aber du merkst einfach, dass das, was um dich drumherum rumkreucht und fleucht, einfach nicht mehr zu dir passt. Du wirst kommende Woche auch hier weiterhin eine Schwelle überschreiten, etwas hinter dir lassen, was dir nicht mehr dienlich ist. Aber weil du eben in dieses bestimmte Ich-Bin-Bewusstsein kommst, irgendwie hast du vielleicht auch immer mehr das Gefühl, dass Menschen in deinem Umfeld einfach nicht mehr passen und du das wirklich loslassen solltest, ne? Oh, die wollte aber jetzt wirklich fliegen, ey. Nur gut, dass ich es aufgenommen habe. Habt ihr den Looping gesehen? Schau dir das an, geh vorwärts. Leg all deine Befürchtungen und Ängste beiseite und geh einfach deinen Weg. Ganz speziell kommende Woche. Immer krasser führen die Energien dorthin, dass du vorwärts gehen sollst, dass du nicht mehr zurückschauen sollst, dass du all die Assis hinter dir lassen sollst und dass du es wirklich richtig machst, in dein Ich-Bin-Bewusstsein zu sein, sprich, dass du es verdient hast, Freude, Glück und Frieden, wenn dann auch von Menschen zurückzubekommen. Es kann sein, dass du natürlich ein bisschen zweifeln könntest, ob das alles so richtig ist, wirklich hier gefühlt alles stehen und liegen zu lassen und den eigenen Weg zu gehen. Aber ich kann dich hierfür ermutigen, geh weiter vorwärts, überschreite diese Schwelle, bleib in dein Ich-Bin-Bewusstsein und setze das jetzt wirklich einfach mal für dich um und durch. So, mit der Zahl 4 haben wir die irdische Zahl und das Symbol von Ordnung und Herrschaft. Also dir wird das immer klarer. Auch hier in den Energien, ich sollte Ordnung schaffen und mal hier über mein Ich-Bin-Bewusstsein wirklich der Herrscher selbst sein. Und weil ich gerade sage, der Herrscher, haben wir hier im Tarot eben wirklich für die 4 den Herrscher, wo es darum geht, wirklich Ordnung in dein Leben weiterhin zu bringen, weiterhin stabil zu werden, innerlich wie äußerlich, Ängste wirklich loszulassen, keine Angst zu haben, den Weg weiter vorwärts zu gehen, auch wenn du hier eine Schwelle übertreten musst und irgendetwas hinter dir lassen solltest. Ich sehe, dass du dein Erreichtes auf jeden Fall weiterhin verteidigen wirst und dass du dir jetzt selbst die Garantie gibst für eine gewisse Form, für eine gewisse Art, in was auch immer, für Sicherheit und Ordnung. Also sprich, du wirst Absichten und Pläne weiterhin beharrlich verwirklichen und ich nehme auch selbst energetisch so eine Energie wahr, dass du stark bist, ja. Also stark gehst du hier gefühlt in die Woche, ne. Jetzt nehme ich noch die Monological, die Monological, egal welcher Mondzyklus jetzt hier drauf ist, es geht um die Botschaft und da haben wir zwei Botschaften. Einmal, dass es weiterhin Zeit wird, Negatives zu verlassen, also sprich negative Menschen, negative Dinge, ich habe keine Ahnung, aber ich habe auch hier wirklich das Gefühl, das Negative willst du weiterhin hinter dir lassen. Wir haben auch hier wieder eine plutonische Energie, wo du eben für dich immer mehr spürst, dass du ins Licht gehen solltest, Lichtkörperaktivierung, raus aus dem Negativen und gleichzeitig aber auch, dass du deinem Ziel ja tatsächlich schon sehr nahe sein wirst und das kommende Wochen vermehrt vielleicht auch spüren könntest, ja. Es ist eine wunderschöne, kraftvolle Energie hier, ja, aber auch so eine Durchsetzungsenergie, die ich hier einfach wahrnehme. So, meine Lieben, einmal noch in die Enge der Liebe. Was haben wir hier für die Enge, also für die Enge der Liebe auch, ja, aber für meine lieben Könige und Königinnen da draußen, die die jetzt hier zuschauen. Oh, wir haben eine Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt hier zurück in dein Leben und einmal wollte sich die Karte noch zeigen mit Lass Kontrollthemen los. Erlaube dieser Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Also, mein Engel, es ist folgendes, ich sag's dir so, wie es ist. Bleibe hier weiterhin wunderbar auf deinem Weg. Habe keine Angst davor, dass du jetzt irgendwie etwas falsch machen könntest, ja. Hör da wirklich auf dich selbst. Du kommst wirklich immer krasser hier einfach bei dir an. Und es ist auch hier dein Ziel so nah, das Negative wirklich hinter sich zu lassen und mal wirklich den eigenen Weg zu gehen. Aber ich muss eben auch sagen, in der Liebe könnte hier speziell tatsächlich jemand kommende Woche wieder auf dich zukommen. Jemand aus der Vergangenheit kommt hier nochmal, möchte irgendetwas von dir, aber es geht speziell darum, Kontrollthemen diesbezüglich loszulassen. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch, dass du hier Ängste beiseite legst und es kann tatsächlich sein, dass du hier jemanden mit offenen Armen vielleicht auch empfangen könntest oder das Gegenteilige passiert. Ich weiß nicht, was du mit diesem Typen oder dieser Kirsche hier machen wirst in Liebesangelegenheiten, aber ich sehe, dass hier jemand schon gerne mit dir eine Versöhnung haben wollen würde, wo man es lockerer vielleicht auch angehen könnte. Okay, jetzt will ich mal weiterschauen. Wartet mal, ich bekomme den Impuls. Ich nehme die Engel hier noch dazu. Die sagen manchmal auch ein bisschen was über Kohle und ich muss die hier einfach mal ein bisschen besser rannehmen. Das schauen wir einfach mal rein hier. Okay, also hab keine Angst, setze deinen Weg weiter fort, ja. Lass den negativen Scheiß wirklich hinter dir. Das weißt du auch, mein Engel. Du kommst immer mehr in dein Ich-bin-Bewusstsein. Ja, du musst niemandem etwas beweisen. Es geht ja darum, dass es dir einfach gut geht. Und diesen Weg verfolgst du jetzt auch schon seit längeren und auch nächste Woche, kommende Woche, wird das einfach auch für dich wieder wichtig sein und Thema sein, an dich selbst zu glauben. Schau dir das an. Jetzt haben wir hier auch noch den Frieden. Lass die Vergangenheit los. Dir steht eine glücklichere Zukunft bevor. Richte dein ganzes Vertrauen auf Gott. Schau dir das an. Also es hat seinen Grund, mein Engel, warum das Universum dich jetzt dorthin schicken wird, kommende Woche, wo du hingehörst. Ich habe, du wirst den Frieden bekommen. Und hier hat jemand von oben einen anderen Plan für dich. Aber ganz ehrlich, ich spüre hier ganz viel Liebe, weil der liebe Gott dir vielleicht Leute nimmt, dir irgendwelche Menschen nimmt. Aber es hat einen Plan und es geht darum, dass du wieder deinen Frieden findest, mein Engel. Du hast hier an Menschen vielleicht immer noch festgehalten, wo du glaubtest, sie wären gut. Aber es kann sein, dass der liebe Gott auch hier irgendwie gehört hat, was man hinter deinen Rücken gesagt hat oder gesehen hat, was man hinter deinen Rücken gemacht hat. Und das hast du nicht verdient. Weil ich sehe hier, mein Schatz, du bist auch hier ein sehr lichtvoller Mensch. Und ich glaube auch, ein sehr gutmütiger Mensch, immer noch. Aber du weißt für dich immer mehr, nur gutmütig sein, mag alles gut und schön sein, aber was ist mit dir selbst? Was ist eben, wie ich es beschrieben habe, mit dieser Liebe, mit diesem Frieden, mit diesem Glück, was dir auch andere Menschen geben könnten, die es aber wahrscheinlich nicht getan haben. Nicht alle hier. Setze hier deinen Weg fort und hab keine Angst, dass du jetzt deiner inneren Stimme folgen wirst, mein Hase. So wird es wirklich sein, dass du Negatives ausschaltest und kurz vor dem Ziel bist, wieder in deinen Frieden zu kommen. Aber ich möchte es nochmal betont haben, guck mal hier, 1 und 3, wir haben schon wieder die 4, die Zahl der Ordnung. Aber ich möchte es nochmal betont haben, es kann tatsächlich sein, dass jemand, das auch hier kommende Woche erkennt, dass du in einen anderen Weg einschlagen möchtest oder eben weiter deinen eigenen Weg gehen möchtest. Aber jemand möchte dich nicht loslassen. Jemand möchte sich hier scheinbar mit dir einfach wieder versöhnen. Ob du das willst oder nicht, ist die zweite Frage. Aber das ist jetzt so die Prognose, die ich als allererstes hier für dich habe. So, wir schauen auf den Montag speziell. Was könnte hier speziell Montag auf dich zukommen? Wie gesagt, das sind Energien, die könnten sich hier auch ein bisschen verschieben. Es muss nicht zwingend Montag immer stattfinden. Aber lasst uns mal hier drauf deuten. Wow. Also wir haben am Montag, oh mein Gott, ist hier tatsächlich eises Kälte. Irgendeine Krisensituation. Lass es mich gleich mit den Lenormons noch kurz aufklären. Ja, wir haben hier auch gepaart die Routen dazu. Also Montag hast du gleich einen Härtetest, mein Engel. Jetzt, wo du hier wirklich auf deinem Weg irgendwo gefühlt wirst. Lass mich mal die Karten hier hochnehmen. Oh mein Gott, mein Engel, bitte lass dich nicht von deinem Weg abbringen. Es ist, du machst es echt gut. Du machst es wirklich gut. Aber ganz ehrlich, du bist wirklich so eine liebe Seele. Andere könnten dir wirklich das Leben schwer machen wollen. Montag kannst du dich in einer gewissen Art und Weise auf einen Engpass vielleicht einstellen, wo es gewisse Diskussionen geben könnte. Oder wo man vielleicht sogar auch still schweigen wird. Ja, weil das ist die, aus den Lenormons, die Routen, ist immer die Karte der Diskussionen. Ja, aber durch die Krisenkarte ist es eher etwas, wo man im Mangel ist. Also wo vielleicht tatsächlich keine Diskussionen mehr stattfinden werden oder du dich auf keine Diskussionen mehr einlassen wirst. Ja, es kann tatsächlich sein, dass es Montag schon losgeht, mein Engel, dass hier jemand sein wird, der hier irgendwie noch Faxen macht in deine Richtung, aber du tatsächlich nicht mehr reagierst. Dass du dich nicht mehr auf Diskussionen, speziell Montag, irgendwie anpasst. Siehst du die Karten? No. No, 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 no. Mensch, meine Nägel, ne? Habe ich jetzt extra Schiggi-Miggi gemacht für euch, aber Krieg kann ich damit auch nicht gewinnen. So, jetzt siehst du es. Es könnte auch für einige sein, dass du vielleicht auch Angst hast, deinen Job vielleicht auch zu verlieren, dass du vielleicht auch gewisse Probleme im beruflichen Bereich haben könntest, wo es echt Diskussionen geben könnte. Deswegen ist es so, dass es scheinbar die Karte auch gekommen ist, deine Ich-bin-Präsenz. Also geh nicht in die Vermeidung, sondern stelle hier die Dinge wirklich klar. Glaub an dich, mein Engel, du willst hier weiterhin über die Schwelle gehen, Negatives soll es nicht mehr geben und deinem Ziel bist du hier schon nah. Ja, aber lass Unsicherheiten hier wirklich los. Trotzdem habe ich das Gefühl, mein Hase, dass dir eher danach ist, dich montags mehr zurückzuziehen. Und während du das tust, ist hier so ein Gefühl für dich von ich fühle mich verlassen. Es ist ein Härtetest, mein Hase, weil wirklich jemand auf dich zukommen könnte und mit dir noch mal diskutieren wollen würde. Aber es geht halt auch um einen Umbruch, um eine Entscheidung. Vielleicht ist es hier ein Typ, eine Kirsche, der oder die sich mit dir versöhnen möchte. Aber es geht eben auch speziell wieder hier rum, dass ein Härtetest auf dich zukommen könnte, um dich vielleicht in dieser Angelegenheit noch mal durchzusetzen, wo es wirklich darum geht, dass du eine Klarheit für dich hast, was du wirklich von jemandem vielleicht auch willst. Es ist aber auch eine Wandlungskrise, mein Engel. Weil auch eine Wachstumskrise ist hier. Sprich, du bist auf dem richtigen Weg, machst das auch alles supidupi, aber irgendjemand bringt dich in so ein Gefühl, dass du es nicht richtig machst. Also ich kriege hier immer wieder rein, jemand möchte sich hier einklinken, während du hier den Frieden haben willst. Und Jesus da oben sogar sagt, lass die Vergangenheit los. Eine glücklichere Zukunft soll ich hier irgendwie mehr für dich bestimmt sein. Jetzt musst du auf dich schauen, mein Hase. Auf der einen Art sehe ich einfach speziell am Montag, dass es hier möglich wäre, wirklich, dass hier Diskussionen aufkommen, dass du hier montags gleich getestet wirst, wie stabil du bist. Aber auch, dass es für einige heißen kann, dass du dich verlassen fühlst, dass du weißt, du solltest einen Umbruch weiterhin durchziehen. Es ist ein Härtetest. Es kann natürlich auch sein, dass du übers Wochenende mit jemandem diskutiert hast und am Montag speziell kommt das vielleicht auch alles nochmal hoch, weil es hier um Scheitern geht. Diskussionen übers Scheitern habe ich hier. Es kann tatsächlich auch sein, dass jemand mit dir das ausdiskutieren möchte, warum etwas gescheitert ist. Es kann natürlich im beruflichen Bereich sein, im Liebesbereich, im familiären Bereich. Es können Freunde sein. Es kann eine Affäre sein. Aber ich habe auf jeden Fall hier nochmal so ein bisschen ein Engpass, auf den du dich einstellen solltest. Gleichzeitig aber auch eine Krise, die sich wandeln soll. Aber es kommt Erfahrungszuwachs dazu, ja. Trotzdem geht es ja doch darum, einmal zu klären, warum etwas gefühlt zusammengebrochen ist. Die Diskussionen eben darüber. Ja, so nehme ich das wahr. Jetzt lasst uns mal auf den Dienstag schauen. Wie gesagt, für einige kann es auch heißen, für den Montag, dass du eben dadurch Engpass-Diskussionen, dass du vielleicht wirklich jemandem den Engpass stellst und gar nicht mehr diskutierst und dass es dann eher eine Kombination ist von Ich ziehe mich zurück. Aber wie eben beschrieben, zeig, wer du bist. Zeig, wo du hin willst. Und frag vielleicht auch jemanden, kommst du jetzt mit oder nicht. Aber ich sehe eben auch speziell kommende Woche, bist du weiterhin sehr beschützt, ja. Weil hier will dir ja ein Engelchen Frieden schenken. Richte dein ganzes Vertrauen auf Gott. Ich weiß, dass einige nicht gläubig sind oder einer anderen Religion angehören. Aber ich habe das Gefühl, du solltest hier in höhere Mächte vertrauen, dass das schon gut so ist, dass du immer mehr das Gefühl hast, deinen eigenen Weg hier wirklich weiter fortzusetzen, das zu verstärken und weiter zu gehen. Was haben wir am Dienstag? Was habe ich am Dienstag speziell für dich? Was kommt am Dienstag auf dich zu? Mit was darfst du am Dienstag oder der kommenden Zeit rechnen? Wow, da haben wir die Welt. Ich nehme dazu gleich noch die Lennomore. Du wirst deinen Platz finden, speziell. Ich wollte es noch mal mischen, weil es nicht so direkt war. Ah, wir haben den Fuchs, mein Hase. Wir haben den Fuchs unter dem Kartendeck, den Mond hier. Du hast einfach immer mehr das Gespür, dass du, es geht immer wieder darum, dass du deinen Platz einnehmen möchtest und du dich über dein Leben einfach wieder freuen möchtest. Und mit der Welt ist es auch so, dass du einfach deine Berufung finden möchtest oder deiner Berufung weiter nachgehen möchtest, dass du am Ziel sein möchtest, dass du eben in Harmonie bist, dass es irgendwie auch ein Happy End für dich gibt. Weil guck mal, wir haben ja hier eises Kälte, Krise, Diskussionen, negativer Scheiß um dich drum herum und du gehst hier gerade einen tollen Weg, speziell immer weiter kommende Woche. Aber es holt dich immer wieder jemand oder immer wieder etwas ein. Und du könntest das Gefühl haben, vom Weg vielleicht auch abzukommen. Ich habe aber mit dieser Karte, dass am Dienstag das Glück auf dich zukommen möchte und auch das gewisse, ich sage jetzt mal, gewisse entscheidende Einsichten und ich habe hier den Fuchs und ich habe das Gefühl, es ist ein Zwiespalt zwischen, es ist so ein Hin und Her, aber du weißt, du solltest jetzt deinen Weg klug weitergehen. Irgendeinen Plan hast du am Dienstag, speziell für dich. Irgendetwas stellst du klug an, am kommenden Dienstag. Vielleicht sind das auch die inneren Widersprüche, die du in dir selbst wirklich meistern wirst, wo du eine Klarheit in dir selbst wirklich hast und das wirst du speziell am Dienstag immer mehr erkennen. und dazu gehört es auch wirklich schlau zu sein. Also du gehst hier etwas wirklich schlau an und kapierst wirklich, dass du eine bestimmte Einsicht eben jetzt für dich erkennen wirst und dass du auch das speziell am Dienstag auch weiter durchziehen solltest. Ich kriege hier so rein, Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt zu Bauch nein, zwischen den beiden stehe ich. Weißt du, mein Hase, du bist wie ein Rehlein, was gerade dabei ist, anzufangen zu laufen, die Welt zu erkunden und wirklich daran zu wachsen. Aber irgendetwas ist hier rein energetisch, was dir so ein bisschen immer wieder die Laune an deinem Leben versaut. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe aber das Gefühl, es ist kommende Woche ein Kraftakt für dich, deinen Weg wirklich weiter zu gehen. Und dass du eine immense Kraft und Schleue einsetzen musst, um wirklich schon gefühlt dafür zu kämpfen, dass du endlich deinen Platz wirklich findest. Also es ist nicht einfach, aber du wirst es schaffen. Eine Prüfung jagt hier die nächste gefühlt. Ich habe aber auch in Kombination so ein bisschen eiskalte, frostige Stimmung und gleichzeitig habe ich aber daneben liegen, am Ziel sein und seinen Platz finden. Also sprich, du wirst kommende Woche eine bestimmte Entscheidung noch zu treffen haben, die zugunsten für dich selbst sein wird. Ganz einfach, weil ich hier auch eine Lebensgemeinschaft habe, weil ich den Einklang habe mit dir selbst und wo du versuchst, wirklich schlau mit umzugehen. Also hier ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, hör jetzt hier vollkommen auf dein Herz, sondern es geht wirklich darum, ich sage jetzt mal, Äpfel mit Birnen zu vergleichen und das auseinanderzuhalten. Und das auseinanderzuhalten. Ja, also rechne damit, dass du am kommenden Dienstag einen Vergleich starten wirst, dass du eine entscheidende Einsicht erhältst, egal was deine Berufung vielleicht sein könnte, was deine Aufgaben sind, die du für dich hier findest. Oder eben auch im Sinne von entscheidender Einsichten einer Lebensgemeinschaft gegenüber, deinem eigenen Einklang oder deinen eigenen Glück. Und was hier auch weiterhin sein kann, dass du generell die Einheit, die du mit dir selbst einst schon mal gespürt hast, das ist dir verloren gegangen, mein Hase. Aber am kommenden Dienstag wirst du daran arbeiten, genau diese uranfängliche Einheit wieder herzustellen. Und da heißt es, einen Plan auf Tasche zu haben oder eben auch klug damit umzugehen, um letztendlich wirklich auf deinen wahren Weg zu bleiben und dort eben auch hinzukommen. Wow! Jetzt schauen wir auf den Mittwoch. Was könnte hier kommenden Mittwoch auf dich zukommen oder eben, sorry, die kommenden Tage. Na, schau mal einer an. Wir haben hier das Rad des Schicksals. Da nehme ich jetzt einmal noch die Karten. Jetzt kommt auf einmal noch das Schicksal dazu. Das ist sehr spannend. Wow! Jetzt haben wir auch noch den Kleen. Du kommst kommenden Mittwoch immer mehr wieder in hoffnungsvollere Energien, dass das alles schon so hinhaut, wo du dich wirklich gerade befindest. Ja, eben weil wir hier haben, lege all deine Befürchtungen und Ängste ab und du wirst es wirklich speziell am kommenden Mittwoch oder die kommenden Tage eben halt wirklich spüren, dass du wieder mehr Hoffnung hast. Das Rad des Schicksals ist immer so eine Frage. Wo möchte denn das Rad hinrollen? Rollt es hier in etwas Positives oder bist du hier auf einem absteigenden Ast? Hier ist es aber auch so, dass tatsächlich eine unerwartete Wende am kommenden Mittwoch auf dich zukommen könnte, die aber mit Glück zu tun hat, die dir wirklich Glück bringt. Also kommende Woche ist speziell Glückstag, würde ich meinen, der Mittwoch selbst. Beruflich könnte hier vielleicht das Ganze plötzlich eine Veränderung mit sich bringen, die dich zum Glück führt. Ich habe aber auch in Beziehungsthematiken, habe ich hier eine schicksalhafte Verbindung, die wieder Hoffnung bringen könnte. Und das könnte man wirklich hier oben in Verbindung setzen, weil ich eben explizit auf die Liebe gelegt habe, dass ich dir sagen kann, kommenden Mittwoch könnte eine Versöhnung stattfinden mit jemandem, wo du die Sache einfach nicht mehr kontrollieren willst oder kontrollieren wolltest. Aber es wird so sein, dass du auch eine Erkenntnis der höheren Gesetze erhalten wirst, dass du wirklich nicht alles in der Hand hast. Ja, also du bist hier so ein bisschen vom Schicksal verfolgt. Auch hier Jesus, hab Vertrauen, folge jetzt diesen Weg, auch wenn es ruckelt. Aber es ist auch so, dass du generell für dich spirituell eine Begegnung hast mit Seiten in dir, die du schon lange nicht mehr integriert hast. Zum Beispiel, so blöd wie es jetzt klingt, aber auf einige könnte es wirklich zukommen, zutreffen. Am kommenden Mittwoch kannst du seit langem mal wieder lachen und dich fröhlich fühlen. und wirklich immer mehr das Gefühl bekommen, dass alles gut ist. So nehme ich das auch wahr. Und auch hier habe ich einfach die Wandlung zum Niederen oder zumindest die Wandlung des Niederen zum Höheren. Also sprich, irgendwie kommst du hier weiterhin wieder in deinem Higher Self an. Aber es ist schicksalhaft. Ja, es ist auch ein neuer Kreislauf, der beginnen soll, der dich aber glücklich machen soll. Und das heißt, du wirst deinen Weg hier wirklich weiter gehen, weil du es schlau anstellen wirst. Und dann spürst du plötzlich eine mega geile Veränderung, wo du das Gefühl hast, boah, ich kriege wieder besser Luft. Ich kann wieder mehr atmen, ich kann ausatmen. es ist auch so, dass du immer mehr dein eigenes Schicksal erkennst und das wirklich auch versuchst, als Lebensaufgabe zu gestalten. Und das macht dir Spaß und das bringt dir wirklich Glück. Jetzt lasst uns einfach mal auf den Donnerstag schauen. Ja, also hier habe ich auf jeden Fall für einige Neubeginn auf Arbeit oder ihr wart im Urlaub oder ihr habt euch eine Pause gegönnt. Oder hier geht es darum, neue Impulse zu setzen. Was könnte ich hier noch dazu lernen? Vielleicht auch. Oh, guck mal, die Sterne. Oh, ist das schön. Es kann sein, dass du selbst auch im spirituellen Bereich tätig bist. Unterm Kartendeck hatten wir den Hund, einen Freund, der sehr spirituell ist, der dir auch treu erlegen ist. Das nehme ich auch so wahr. In irgendwas wirst du hier immer mehr feilen und tüfteln, weil du hier wirklich jetzt deine Lebensaufgabe immer mehr erkennst, mein Hase. Also wie gesagt, beruflich könntest du hier immer mehr ankommen. Auch für einige wäre hier möglich ein Neustart, aber es ist eben auch neue Impulse, die du jetzt beruflich immer besser umsetzen kannst. Eine neue Phase, die auch in dir selbst beginnen wird, ja, weil in Form des Bewusstseins und schau dir mal an, zusammen mit den Sternen, das steht auch für Spiritualität, spirituelles Bewusstsein, ich bin Präsenz. Das ist die Energie, die dann speziell am Donnerstag auch weiterhin hier auf dich zufließt. Also Donnerstag hast du das Gefühl, wow, ein aussichtsreicher Neubeginn, ein neuer Start für mich hier weiterzumachen. vielleicht auch gefühlt ein Hochgefühl, ja, das nehme ich auch so wahr. Und das hier aber auch eine gänzlich neue Phase für dich in dein Leben jetzt weiterhin eintreten wird. Ja, ich habe das Gefühl, Donnerstag ist so ein Tag, wo du sehr zuversichtlich sein wirst, wo du auch gute Fertigkeiten unter Beweis stellen könntest, speziell an diesem Tag, wo einige beruflich eben wirklich sich einer langfristigen, aussichtsreichen Aufgabe widmen. oder eben, wo dir jetzt einfach in speziellen kommender Woche klar wird, ah, ich möchte hier in diesem Beruf bleiben, hier bin ich richtig und plötzlich hast du so ein Gefühl von, wow, ich blühe hier jetzt einfach mal auf. Also das heißt, Wohlfühlfaktor ist hier gegeben, Wünsche erfüllen sich, es kann auch sein, du arbeitest speziell immer mehr an deinen Träumen und Wünschen, aber ich finde es sehr schön, wie du einfach spirituell für dich hier immer mehr aufgehst und wirklich das Negative hier hinter dir lassen würdest. Ich hatte unterm Kartendeck, habe ich hier einen Freund, einen spirituellen Freund, der oder die dir vielleicht helfen könnte, vielleicht ist das auch ein bisschen Vitamin B, aber jemand könnte speziell am Donnerstag zur Hilfe kommen, dir vielleicht auch neue Impulse geben, dich mehr bei deinem Ich-Bin-Bewusstsein oder bei deiner Ich-Bin-Präsenz mehr zu unterstützen, weil dich hier jemand sehr lieb hat und sehr mag. Also speziell am Donnerstag habe ich das hier, wo sich wirklich rauskristallisiert, wer meint es gut mit dir, wer meint es nicht gut mit dir. Und Donnerstag ist hier halt jemand irgendwie, der bereit ist, dir das vielleicht auch zu gönnen oder der einfach an deiner Seite ist und dich dabei unterstützen würde. Ja, lasst uns mal auf den Freitag schauen. Was haben wir für Energien für den kommenden Freitag? Ah, jetzt kommt die Versöhnung, mein Hasenkind. Ja, jetzt kommt die Versöhnung. Das ist definitiv jemand, der sich hier weggeschlichen hat. Ja, der Negativität irgendwie vielleicht auch verbreitet hat. Aber ich kann dir sagen, hier kommt wirklich jemand wieder, der sich hier weggeschlichen hat und hier irgendwie versöhnlich auf dich zukommen möchte. Also sprich, guck mal, sogar mit den Schlüsseln, also mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit. Also ich kann dir sagen, mein Engel, während du hier eben wirklich auf deinen Weg bist, kommt hier jemand, der gemein vielleicht auch zu dir war. Es muss aber nicht auf alle zutreffen, dass hier immer jemand gemein war oder so, sondern ich hatte es nur gezeigt, weil ich es unterm Kartendeck so liegen hatte. Meistens stimmt das ja auch. Aber wir haben die Versöhnung, Freitag kommt hier die Versöhnung, dass mit Sicherheit, ja, also der Schlüssel etwas aufschließen wollen, also jemand möchte dir eine versöhnliche Atmosphäre bringen, jemand möchte in Harmonie mit dir gehen, jemand kommt hier scheinbar auch gut gelaunt und unbeschwert auf dich zu und möchte mit dir friedlich und liebevoll vorgehen. Es könnte dich vielleicht erschrecken, weil das scheinbar wirklich jemand ist, wie, wo habe ich das unterm Kartendeck eben, das Gegenteil war der Fall. Aber jemand könnte jetzt weiser geworden sein, ja, also der Ritter der Kirche steht auch für Weisheit. Vielleicht hast du auch etwas kommuniziert oder eben durch dein Schweigen hat man gemerkt, boh, jetzt bist du vielleicht auch ganz weg oder komme ich überhaupt noch an dich ran. Aber es ist halt echt so, dass hier jemand ist oder du selbst, dass du das Gefühl hast von, ich fühle mich geborgen, es fühlt sich an wie Frühling, ich fühle mich sicher, ich fühle mich entscheidungsfähiger als vorher, ich fühle mich stabiler. Oder du öffnest eben wirklich für dich selbst, speziell am Freitag, ein harmonisches Arbeitsklima, gute Laune einfach. Ich weiß nicht, vielleicht nimmst du Freitag ein paar Stunden oder so und freust dich, dass du eher gehen kannst. Aber ich habe hier einfach auch einen freundlichen, liebevollen Tag, der dir hier Sicherheit gibt, dass alles in Ordnung ist. Gleichzeitig, wie eben schon beschrieben, könnte es sich hier auch um eine Person handeln, die hier versöhnlich nochmal auf dich zukommen möchte. Dazu möchte ich jetzt den Samstag noch legen. Für den kommenden Samstag. Ah, die drei der Kelche. Okay, also it's party time. Wow, und der Anker. Also ich, siehst du das noch, mein Engel? Ja, du siehst es an sich noch. Ja. Ich habe das Gefühl, weil die Woche so erfolgreich hier scheinbar läuft, dass du speziell am kommenden Samstag immer mehr das Gefühl hast, Danke zu sagen, vielleicht auch wirklich einen drauf zu trinken, vielleicht feierst du hier auf dich selbst, vielleicht gibt es wirklich etwas hier noch zu feiern, weil hier ja eine schicksalhafte Wende kommt, die dir wirklich zugute kommt. Ich habe hier auch, wenn ich es jetzt genauer betrachte, habe ich auch Sicherheit im beruflichen Bereich immer wieder. Ich habe aber auch, dass Frieden und Harmonie und Dankbarkeit für das, was man hat, immer mehr Bestand einnimmt, ja, und immer mehr in deinem Herzen hier vorkommt. Und ein Samstag speziell, ähm, wirklich ein Gefühl auch der Genesung, ja, ich bin hier irgendwie von irgendetwas oder von irgendjemandem tatsächlich geheilt, ja. Aber du möchtest speziell Samstag deine Freude einfach mit anderen teilen. Ich habe auch in Beziehungsangelegenheiten wäre hier großes Glück möglich, wo man vielleicht seinen neuen Partner, seine neue Partnerin kennenlernen könnte. Es könnte aber auch genau dieser Typ hier sein, dieser Ritter, der mit dir hier versöhnlich irgendwie sein möchte. Es kann auch die Ritterin sein, ja, mit dem oder der du hier am kommenden Samstag irgendwie feierst, ähm, weil du das Gefühl hast, ich habe großes Glück, oder jemand gibt dir das Gefühl, dass du großes Glück bist in seinem, ihrem Leben. Jemand könnte dir das Gefühl geben, ähm, an dir festhalten zu wollen, dass du wichtig bist für die bestimmte Person, die sich hier mit dir versöhnen möchte. Aber du wirst am Samstag die wahre Lebensfreude wieder spüren. Das ist wunderwunderschön. Also, ähm, du blühst auf, ja, also eine Zeit des Aufblühens nehme ich hier wahr, aber auch eine tiefe Dankbarkeit, die du einfach erlebst für das, was du dir erschaffen hast und für das, was du jetzt einfach hast. Ja, ne, und dann lasst uns jetzt mal noch auf den Sonntag schauen. Ja, oh, zwei Karten. Okay, der Sonntag, der Gehängte und der Ritter, der Schwerter. Da wollten gleich zwei Karten fallen. Ich habe das Gefühl, auch wie in der letzten Wochenlegung, du wirst ein bisschen rumhängen. Du wirst dann wieder ein bisschen abhängen, ne, deinen Rausch ausschlafen, ein bisschen Chilly-Milly machen. Ich habe auch hier unterm Kartendeck wieder Nachrichten, Botschaften, Amors, Pfeile. Ich sehe aber auch, dass du, äh, am Sonntag, guck mal, du bist hier selbst, mein Engel, ne, dass du am Sonntag keinen Bock drauf hast, jetzt noch irgendwie mit dem Kopf durch die Wand zu holen oder noch irgendwelche klärenden Gespräche vielleicht zu führen. So nehme ich das auch wahr. Guck mal, hier habe ich den Herrn auch. Ich habe aber auch das Gefühl, dass du seit, nach dieser erfolgreichen Woche, weil das ist ja wirklich eine erfolgreiche Woche, muss ich sagen, ne, da hat man schon mehr Pleiten und Pannen. Aber hier ist es so, dass du speziell sonntags dann tatsächlich eine andere Blickrichtung auf Diskussionen, Gespräche, auf, ähm, auch so Dinge, die man sich vielleicht unter der Gürtellinie gesagt hat, dass du das ganz anders sehen wirst. Weil dir aber vielleicht jemand eine ganz andere Perspektive kommende Woche aufzeigen wird, der oder die sich mit dir versöhnen möchte. So nehme ich das auch wahr. Es kann sein, dass Sonntag einfach nach der Feierreihe, nach der Versöhnung und generell nach der Superwoche im beruflichen Bereich, bis eben auf die Krisenstimmung hier, nehme ich so wahr, dass du einen Streit ganz anders bewerten werden kannst, und du wieder mehr in deinem Ski bist, noch mehr als bisher. Ja, so nehme ich das wahr. Also ich finde, das ist irgendwie hier heute eine Happy-End-Legung. Also für kommende Woche ist das so, als hätte hier jemand den Schlüssel für das, was du auch brauchst. Ja, es ist nicht so, dass du hier jemanden zwingend brauchst, aber jemand gibt dir hier ein Gefühl von, ich brauche dich. Ja, ich brauche dich. Irgendwie so, ne? Herzkarte, na klasse. Wir haben die Zwillingsseele, ne? Eure Leidenschaft ist entflammt. Also kommende Woche hast du hier mit deiner Zwillingsseele zu tun. Und das ist ein Typ, das ist eine Kirsche. Mit dem, mit der musst du nicht zwingend irgendwie zusammenwohnen oder im selben Dorf, in derselben Stadt oder vielleicht sogar auf einem anderen Kontinent Bundesland. Aber hier ist Liebe, die überwindet Raum und Zeit. Und das ist deine Zwillingsseele hier, die sich scheinbar mit dir kommende Woche wieder versöhnen möchte, wo du auch keinen Bock mehr drauf hast, das Ganze zu kontrollieren. Aber er oder sie hat da auch keinen Bock drauf. Hier ist es ein wichtiger, dass man vielleicht mit dir hier einfach wieder in den Frieden kommt. Sehr schön. Meine Lieben, ich wünsche euch hiermit eine wunderschöne, erfolgreiche Woche. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenfrei abonnieren würdet. Aktiviert den Glock, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Tschaui.